Musik Der Grundgedanke von Erstklassiker am Sahner See ist, dass Musiker der Spitzenklasse hier in der Provinz Musik machen. Dass sie Menschen ansprechen, die vielleicht nicht zu den großen internationalen Festivals können, aber die Musikbegeisterung ist hier am Land doch sehr groß und eine ganz alte Tradition. Ohne großen Idealismus der Musiker wäre es nicht möglich. Aber das machen eben nur Musiker, die voll in ihrem Beruf aufgehen. Das Ziel eines Konzerts ist, dass man die Menschen berührt. Und nicht mit der Sprache, sondern mit der Musik. Ich tanke in dieser Woche eigentlich Energie für das ganze Jahr, weil es einfach so Spaß macht und so schön ist hier. Es ist was ganz Besonderes, wenn man mit Menschen, die man gerne mag, zusammen auf der Bühne sitzt und einfach so etwas Direktes erlebt. Es gibt auch so schöne Begegnungen mit dem Publikum. Es gibt viele, die wir wiedererkennen jedes Jahr. Und das ist ein bisschen wie eine kleine Familie. Und das ist ein bisschen wie eine kleine Familie. Und das ist es ein bisschen wie eine kleine Familie. Untertitelung des ZDF, 2020